Untertitelung des ZDF, 2020 Mir das eine Herzensangelegenheit war, hier sauber zu machen und eigentlich ein Zeichen zu setzen gegen diese zunehmende Vermüllung, gegen die Respektlosigkeit gegenüber der Natur. Es haben viele Leute zugesagt, es haben 45 Leute, schätzungsweise 45, vielleicht 50 Leute waren heute dabei. Wir haben den ganzen See einmal rundherum komplett sauber gemacht, jeden Müllbeutel mitgenommen. Wir haben ziemlich viel Müll gesammelt, 80, vielleicht 90 Säcke, blaue Säcke voll. Also da kriegen wir einen LKW halb voll auf jeden Fall. Und ich fand klasse, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ich finde es super, dass sich Leute für Naturschutz interessieren und zwar nicht nur die ältere Generation, sondern alle. Und ja, super Sache, also wirklich ganz toll gelaufen. Speziell, also was speziell vielleicht war, war jetzt die Rauchgranate, die die Taucher von der Wasserwacht Eschenbach vorhin noch rausgezogen haben. Also ganz breites Spektrum von Tennisbällen über Golfbälle über Sonnenbrillen und Grills und alles, was halt so anfällt an dem Badesee. Also ganz bunte Mischung, aber all in all so die typischen Sachen wie Zigaretten, Bierflaschen. Eine Wiederholung war eigentlich nicht geplant und zwar deswegen, weil wir den Eindruck nicht erwecken wollen, dass wir die Müllmänner hier sind und hinter den Leuten herräumen. Es soll wirklich dabei bleiben, dass es ein Zeichen ist, dass wir sagen, Leute, nehmt ganz einfach euren Müll mit, wenn ihr so ein Paradies zur Verfügung gestellt kriegt. Und deswegen wäre, glaube ich, eine Wiederholung verfehlt.